Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Meine Güte! Geile Challenge, oder? Richtig geil, Alter. Hat geil geschmeckt, oder? Die haben ne Macke, Alter. Die haben ne absolute Macke. Was ist ein Löffel? Hat der gekotzt? Ich hab meinen toten Opa gesehen. Wie? So dahin geweiert. Ich hab auch dahin geweiert. Ich war der Erste. Oh mein Gott! Also, mir hat die Challenge auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hat irgendjemand ein Pucke die Fresse bekommen? Hä? Die haben ja zweimal so mit Karacho den Puck auf den Kopf geschossen. Aua! Die haben doch noch gelacht! Also, das ist ja dann auch schwer, das ist sehr, sehr schwierig dann da auch ernst zu bleiben. Was ist das hier? Zirkusveranstaltung oder was? Na, ich glaub, die haben auch... Hab ich gelacht? Nee. Keine Ahnung. Und, guck mal, mein Daumen. Ich kann keinen Handschuh, nichts mehr anziehen. Die haben so geballert, ich konnte nicht mehr. Mir ist schwindelig schlecht und Kopfschmerzen. Mein Daumen tut weh. Ihr habt also volle Arbeit geleistet. Scheißladen hier, ey. Frag ich mich, wofür ich das scheiß mitmache, Alter. Das hab ich davon, wenn ich mich auf was einlasse hier, super. Hätt ich am besten Dreck. Ach, scheißegal. Ey. Hör auf zu lachen. Ich lach nicht. Ich lach doch gar nicht. Du bist voll am Beherrschen. Weißt, wie das gescheppert hat? Ich hab mir das einfach vorgestellt. Weißt du, wie die Hockey-Spieler da hingehen und dann so bumm, den Ding voll in die Fresse, ey. Weißt du, wie feste der da raufgeballert hat, zweimal auf meinen Schädel? Und was hast du noch mal gesagt zu dem? Alles hab ich zu dem gesagt. Zu wem? Zu den Spielern. Die fanden das ja voll lustig. Kann ich mir vorstellen. Geht gar nicht. Was sind das für Autos? Die sind so ne eierlose W***er sind das doch. Weil die auch so ne große Fresse hat. Ja. Weil die so ne große Schnauze hat. Dann denken die Hockeyspieler auch. Ja. Ey. Wer bist du denn? Ja. Was machst du mich denn so doof hier an? Halt mal die Fresse. Banz. Ja. Weißt du?